Wir sind hier beim Barbie-Mobil bei The Jukes mit Julian. Was geht? Was geht bei dir? Ich muss mal hier festhalten, weil sonst verliere ich. Boah, crazy shit. Was geht? Wie geht's hier? Ja gut, und dir? Freut ihr euch? Ja, sehr, sehr. Also es kam voll überraschend, weil wir uns so spontan angemeldet haben. Dann habt ihr spontan gemeint, hey, wir kommen in zwei Wochen vorbei. Jetzt seid ihr hier. Seid ihr vorbereitet? Ja, komplett. Du hast das Wohnzimmer gesehen, oder? Voll schön. Also wir haben es so romantisch wie möglich gemacht. Wir sind bei deiner Mutti. Ja, bei meiner Mutti zu Hause. Voll gut, voll schön. Was macht ihr denn für Mucke? Es trifft sich gut, dass wir heute akustisch spielen, weil wir haben mit Akustik-Rock angefangen und machen jetzt halt eher so elektronische Rockmusik, aber immer noch wieder mit den Einflüssen von unserem Anfängen, würde ich sagen. Deswegen Akustik-Rock trifft es vielleicht noch, aber im ganzen Großen machen wir eigentlich was anderes. Nice. Okay, ich bin gespannt. Klingt sehr diffus. Es ist total diffus. Okay, gut. Ihr habt ja zwei Songs wahrscheinlich ausgewählt, die wir jetzt am Ende rein... Drei sogar. Drei sogar? Ja. Ich weiß nicht, wie viel du aufnehmen willst. Wahrscheinlich zwei. Dann nur zwei. Aber dann erzähl mir, warum genau diese zwei? Also der erste Song Enemy, den erleben wir halt irgendwie immer wieder neu. Also wir haben den immer weiter ausgefeilt und immer wieder gespielt. Deswegen ist der einer unserer coolsten Songs, würde ich sagen. Der andere wäre jetzt For Solitary Man. Der kommt auf der neuen Platte. Der ist halt ein Kracher. Worum geht's? Oh Gott, das wird jetzt tiefgründig. Ja, los. Okay, also Enemy ist ein gesellschaftskritischer Song über die tiefen internen Probleme und Konflikte von deinem inneren Schweinehund. Und For Solitary Man ist sehr diffus. Aber es ist eher so ein irischer Volkssong. Also man kann auf den Tischen tanzen. Du musst dir so einen kleinen Kobold vorstellen, der die ganze Zeit rumspringt oder irgendwas macht. Das mache ich. Ja. Ich freue mich jetzt schon drauf auf den kleinen Kobold. Ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß bei The Jokes. Bis gleich. Ja, bis gleich. Ja, bis gleich. I like it. She crazy. I like the way she moves on her tippy-toes. I like the way she moves to the Rolling Stones. I like her blood hair. She flicks it off her shoulder. And then she takes it off and turns and it's over. I like it. She crazy. I like it. She crazy. I like it. Musik One, two days in the shadows In the shadows Baby, you laughed this time This time And then you got back together Together Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017